Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Lag Pokémon. Warum auch immer. Ja, wir wollen richtig gehen, auch Richtung Dings. Bla, ich weiß nicht mehr was das war. Wir wollen ja mal eben... Es laggt ein wenig, warum laggt es denn? What the fuck? Okay Leute, ja im letzten Part sind wir ja hier quäklig gescheitert. In diesem verkackten Dungeon. Und ich hoffe wir schaffen es heute einfach mal hier durchzukommen. Wir haben auch einiges an unseren Items verloren. Oh Mann. Pokémon Dienstag, ah, hat sich nicht so cool an wie Minecraft Montag. Ah. Egal. Ja. Aber wie es aussieht kommen wir momentan ganz gut hier durch die Höhle. Durch die Lapis Höhle. Standbild, what the fuck ist los? Moment mal eben. Ich schließe mal eben LoL. Was habe ich hier noch so auf dem Internet? Eigentlich hat das sonst nie Probleme verursacht. What the fuck? Doch jetzt läuft es schon flüssiger. Könnte ein LoL gelegen haben. Da ist auf dem gleichen... Ah, ja gut. Ich habe das Spiel und LoL gleichzeitig aufgenommen, so gesehen. Weil ich hier Monitoraufnahme habe und nicht irgendwie Gameaufnahme oder so. Dadurch wird ja alles aufgenommen, was hier auf dem Monitor liegt. Kann ich bitte nach da? Danke. Und blubber. Und blubber. Und blubber. Nice. Was finden wir hier? Erholung. Oh Mann, ich habe auf Eisstrahl gehofft irgendwie gerade. Aber leider wurde das wohl nichts. Hm. Schon wieder ein Lag. Alter, was ist denn los? Liegt das vielleicht ein OBS? Ich glaube, wir müssen den Part mit Lex klarkommen, Leute. Es tut mir leid, ey. Aber what the fuck? Ich weiß nicht, was das ist. Aber. Es ist halt so. Heilige Kacke. Habe ich irgendwas in OBS umgestellt? Ja, ich nehme jetzt gerade auf 60 FPS auf. Was bei Pokémon irgendwie keinen Sinn macht, oder? Weil die ja sowieso nur 30 Frames gehen. Doppelkick ist eine gemeine Attacke. Eine sehr, 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 sehr gemeine Attacke. Vielleicht, wenn ich den nächsten Lag stelle, ich glaube ich mal um. Auf, ähm. 30 FPS. Aber dann vergesse ich wiederum zu stellen auf 60 FPS. Oh Mann. Und wir kommen hier gerade echt gut weit. Äh, äh. Echt gut weit. Echt gut durch. Wir haben ein Ausdauerband bekommen. Das geben wir. Ja, Lag. Geil. Danke. Gut, ich stelle kurz einmal um auf 30 FPS. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. So, ich hoffe einfach mal, dass es daran lag. Dass wir dadurch hier gerade diese Standbilder haben. Ich weiß nicht, was mit meinem Rechner gerade los ist. Der spackte in letzter Zeit ziemlich ab. Aber ich kann meinen Rechner nicht zurücksetzen. Ähm. Ich benutze ja Windows 10. Ich habe da erst gerade das Update bekommen. Wie jeder Windows 7 Nutzer, glaube ich. Konnte sich ja das gerade das Update holen. Jetzt mittlerweile bereue ich es, dass ich es mir geholt habe. Aber, ja. Ich kann mein Rechner nicht zurücksetzen, da ich ein Problem habe. Man kann... Moment, ich kann es mal eben zeigen. Wenn man in seine Einstellungen geht, seht ihr hier das Fenster. Und dann auf Anzeigen, nicht System. Auf Update und Sicherheit. Und dann auf, ähm, Wiederherstellung, glaube ich. Ja. Jetzt leckt das gerade. Und dann gibt es hier den Button Los geht's. Und eigentlich, wenn man da rauf klickt, sollte ein Fenster sich öffnen. Ich habe jetzt mal rauf geklickt. Und ihr seht, nur kurz die Lademaus, sag ich mal. Und mehr passiert hier nicht. Eigentlich müsste hier ein Fenster aufgehen und sagen, ja, wollt ihr die... Willst du die ganze Festplatte formatieren? Oder willst du nur dies, das machen? Ähm. Und bla. Und, ja. Das Fenster öffnet sich nicht. Das heißt, ich kann meinen Rechner nicht zurücksetzen. Das finde ich total behindert eigentlich. Und ich habe auch schon nach einer Lösung irgendwo geguckt im Internet. Im weit bekannten Internet ist ein Goldbad. Oh, das gibt schon viel Gold. Ähm. Aber ich finde einfach keine Lösung. Das ist mein Problem. Ähm. Vielleicht weiß ja einer von euch irgendwie, wie man das Problem lösen kann. Ob es da vielleicht noch einen anderen Weg geht. Gibt es mit dem Rechner zurücksetzen. Oh nein, es lag nicht an den 60 FPS. Geil, Alter. Ich, ähm. Das ist wundervoll. Vor allem läuft das Spiel einfach mal weiter, obwohl ich diese Lacks habe. Ich glaube, es liegt an OBS, Leute. Ich glaube echt, es liegt an OBS. Weil das Spiel läuft ja weiter. Nur das Bild hängt. Ich glaube echt, es liegt an OBS. Aber da kann ich jetzt leider nichts machen. Müssen wir dem Part mit über mit aufkommen. Äh. Auskommen. Naja, vielleicht gibt von euch einer eine Möglichkeit, den Rechner zurückzusetzen, ohne dass dieser Fehler passiert, sag ich mal. Ich will nicht gegen dieses Tangela kämpfen. Es ist weg, okay. Es kommt uns gleich wieder entgegen, ich wette. Ja, da ist es. Ähm. Es gibt ja noch die Möglichkeit irgendwie auf, ähm, Start gehen, auf Herunterfahren klicken. Ähm, dann öffnet sich das ja mit Energiesparmodus, Neustarten oder auf, fuck. Leck. Geil. Ähm. Mit Neustarten, Herunterfahren oder Energiesparmodus. Und dass man dann auf, oh geil. Einmal bitte hier hoch. Oh, was? Oh, es hat nur 17 Damage gemacht, zum Glück. Geh weg. Es ist nicht besiegt. Es ist besiegt. Goldbutts sind gemein. Ähm. Und da muss man Shift gedrückt halten und dann auf Neustart drücken. Und das dann irgendwie noch 6 Sekunden oder so halten. Und dann öffnet sich auch dieses Fenster mit dem, ja, PC formatieren komplett oder diese Sachen behalten oder bla. Und bei mir ist da das Problem, dass ich dann, äh, in das Aus-, äh, zwar in den Bildschirm komme, aber wenn ich dann weiterklicke, dass ich irgendwann dazu komme, dass, ähm, sich mein Rechner einfach neu startet. Ohne, dass ich weiterhin, oh, Durchbruch, Durchbruch ist gut. Ohne, dass ich weitere Einstellungen vornehmen kann. Wie zum Beispiel das Runterfahren. Gut, wir gehen in die nächste Ebene, ohne dass ich überhaupt was gesehen habe. Ich habe eine Nachricht bei WhatsApp bekommen. Cool. Okay. Ja, ich weiß nicht, was das momentan gerade ist hier mit meinem Rechner. Ich versuche nochmal irgendwie ihn zurücksetzen zu können. Alles Wichtige habe ich auf meiner externen Festplatte. Das heißt, ähm, meine Renderprogramme, meine Aufnahmeprogramme, ähm, meine ganzen Spiele, Steam, Chrome, League of Legends, etc. Alles auf meiner externen Festplatte. Und, ja, ich habe halt nur so Nebenprogramme, die ich mir ganz schnell, oh, geil, wir haben die Ebene geschafft, äh, die ich mir ganz schnell wiederholen kann. Auf der anderen. Also auf dem Rechner. Puh, endlich haben wir die Hülle hinter uns gelassen. Und wo sind die Pokémon, die uns die ganze Zeit verfolgt haben? Hey, seht nur, da sind sie, da drüben. Ja. Fandoki. Ja, da kommen sie, lauf. Okay, wir müssen abhauen. Meine Maus ist für die ganze Zeit im Bild geil. Stehen bleiben, lass es sich nicht erwischen. Ah, sie erwarten, äh, sie erwarten wirklich, dass wir anhalten und auf sie warten? What the fuck? Nein. Ah, äh, äh. Oh, nein, äh, da. Was? Wow. Der, der, der Berg steht in Flammen. Oh, sieh mal, all die Lava, die aus dem Krater fließt, auf wir überhaupt weiterkommen? Sie werden uns bald eingeholt haben. Doki, was, was sollen wir tun? Seht mal, da sind sie. Schnappt ihr euch. Äh, äh, uns bleibt da doch süpricht. Äh, komm, gehen wir, Doki. Ja, wir müssen abhauen. Seht, unterlaufen sie, sie wollen zum Feuerberg. Sind die verrückt? Der Feuerberg ist die Hölle. So weit ist es noch niemand vorgetrunken. Da will ich nicht hin. Das hilft alles. Oh. Ich kann mit den Lags nicht arbeiten, Leute. Das hilft alles nichts. Die Mutigen setzen die Jagd fort. Okay, ich weiß leider nicht immer, wer spricht, deswegen nehme ich einfach hauptsächlich die gleiche Stimme dafür. Und wir nehmen echt erst ca. 8 Minuten auf oder so. Sie sind 9 oder so, keine Ahnung. So ein Mist, wo sind sie hin? Ah, sie müssen da lang sein. Haltet die Augen offen. Ich glaube, sie sind weg. Kann sein. Oh ja, wir können erstmal Items lagern, das ist schön. Ja? Oh, ich glaube, wir sind ihnen entkommen. Aber hier draußen können wir uns nicht verstecken. Wir müssen über den Berg dort. Lass uns weitergehen, sobald du so weit bist, Doki. Okay. Lager prüfen, lagern. Goldband auf jeden Fall. Alter, haben wir viele Sinelbären. Oh, diese Lags. Der Part heute wird etwas kürzer, Leute. Es tut mir leid. Aber ich denke mal, ihr könnt das verstehen. Alter, haben wir viele Sinelbären. Oh mein Gott, ich will kurz gucken. Kann ich in dem dann? Nee, ich glaube, ich kann hier draußen nicht. Einsatz, kann wir? Oh cool, ich könnte Durchbruch lernen. Hm. Würde mir das was bringen? Ja, ja, hm. Ich lerne es einfach mal. Haben wir noch eine Attacke mehr, die wir können. Genutzte TM, die kann man später wieder herstellen, soweit ich das weiß. Die können wir aber nicht lagern, okay. Nehmen wir sie mit. Falls wir sie verlieren, verlieren wir sie halt. Wir haben nichts Gutes. Wir nehmen einfach mal das Gingsing und wir hatten damit unseren Blubber auf. Oh Mann. Ja, ja, das machen wir eben dann schon. Ähm, den speichern wir noch. Ja. Ich weiß nicht woran, das liegt echt mit diesen ganzen Lags. Oh, das ist nicht dein Ernst, Mann. Es nervt. Es nervt richtig. Deswegen wird der Part heute auch kürzer, Leute. Ja klar, wir können weiter. Welche Richtung gehen wir hier? Wir können wieder in den Felspfad oder Feuerwerk. Und wir müssen den Feuerwerk betreten. Oh fuck, wie weit ging die Ebene? Wir haben Aqua-Knarre fixiert. Naja, haben wir. Fatz. Oh, das war gutes Damage. Aber ich glaube, hier auf dem Feuerwerk gibt es Ibitax. Und vor denen sollten wir aufpassen. Von denen sollten wir auf jeden Fall Abstand erhalten auch. Denn die sind echt gemein. Hier, ja. Ich will jetzt mindestens noch bis zur mittleren Ebene kommen, wo wir halt einmal speichern können. Denn danach... Ja. Ich will euch nichts vorwegnehmen, Leute. Seid gespannt auf den nächsten Part dann. Es wird episch. Ja, das vielleicht nicht unbedingt, aber... Oh Mann! Letztes Mal war es das Gäubert, was es zerstört hat. Ach, diesmal sind es diese... ...verdammten... ...Lags... ...die uns... ...oder mir jedenfalls den Spielspaß rauben. Oh Mann! Problem über Probleme mit Pokémon Mystery Dungeon. Ah. Ich habe sogar schon eine Idee, wie ich den Part nenne. Ich nenne ihn den Feuerwerk. Cool. Äh, der Feuerwerk. Oh, ich glaube, das ist ein ganz guter Name. Kann man nehmen. Kann man nehmen. Doppelt effektiv. 93 Damage machen wir schon mit Aquaknache. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir sind eigentlich... ...sogar gut im Level dabei. Im Gegensatz zu meinen sonstigen Runs... ...vom Pokémon Mystery Dungeon. Ja, bin ich ganz gut im Level dabei. Ich war... ...auf dem Eisberg... ...alter. Auf dem Eisberg immer so circa Level... ...17 oder so. ...und habe dann gehofft, dass ich... ...ääh, noch... ...Level 18 und 19 erreiche. Ich weiß nicht mehr, welches... ...eins von den beiden Leveln war das. Wir geben auf jeden Fall... ...das Kraftband unserem lieben Draki. Ähm, denn... ...wir erlernen bis noch in der Zeit... ...mit Level 18 und 19. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Eins vor beidem Bars. Gähner! Dein Ernst! Ich will nicht einschlafen! Nicht während des Let's Plays! Oh Mann! Oh Mann! Habe ich was verpasst, Leute? Ich glaube nicht, oder? Irgendwas Wichtiges? Ist was passiert? Ich glaube nicht. Okay. Wir gehen weiter. Ich weiß nicht mehr, wie viele Ebenen... ...dieses verdammte... ...dieser verdammte Feuerberg... ...auf dieser... ...ersten... ...auf dem ersten Teil des Feuerbergs... ...hat... ...wie viele Ebenen... ...auf diesem ersten Teil des Feuerbergs sind, so. Meine Güte. Jetzt geht er... Danke. Ich kann mit dem Controller nicht schräg laufen. Quats! Ja, wir haben ja noch... ...an sich haben wir sowieso noch Zeit. Das ist kein Ding. Ich kann ja eigentlich so lang wie möglich... ...oder wie ich will den Part machen. Das ist ja eigentlich nicht das Problem. Hochladen kann ich ja... ...solange ich will. Also... ...oh, nicht schon wieder... ...och, Mann. Ich bin eigentlich so müde, Leute. Die auch? Hm, ach... ...ah, Mann. Ach, Gott. Ey. Ich bin aber auch müde hier in dem Part, ey. Meine Güte. Schlaf ständig ein während des Parts. Kann ja nicht wahrstellen. Was ist denn los mit mir? Geht ja gar nicht, ey. Unprofessionell wie immer. Oh, Mann. Ah. Standbild. Nice. Ich sag ja, unprofessionell wie immer. Oh, mein Gott. Eine TM. Durchbruch schon wieder. Okay, perfekt. Und es ist super, dass wir... ...oder ist es kein Ding, dass wir die Durchbruch-TM aufgebraucht haben, sag ich mal. Und wir kriegen echt gut was am Poker zusammen. Wir haben ja schon 11.000... ...ä, 1.100. Ah, es geht. Dadurch, dass wir halt zweimal gekrepiert sind... ...haben wir halt nur 1.100. Das ist halt das Problem. Wir können unser Geld nicht lagern. Das behalten wir leider. Ja, ich glaub noch eine Ebene höher. Dass es noch einen Schneck macht. Ich hoffe, das macht nicht wieder Gena. Das ist immer so ansteckend, ey. Dann werd ich auch gleich immer müde. Smog. Kannst du jetzt mal irgendwas Gutes machen? Feurige? Also, Draki? Ich glaub, wir bleiben jetzt die ganze Ebene lang... ...verbrannt, oder? Ja gut, wir sind auf der mittleren Ebene angekommen, Leute. Hier endet aber auch der Part... Alter, so langsam? Na ja, deswegen überende ich hier auf dem Part. Weil das echt langsam nervt. Naja, Leute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, auch wenn er ein wenig ermüdend war, oder? Ich bin zweimal eingeschlafen von dir. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Nein, nein. Ich bin mir la... Noch ein bisschen übermorgen.